Okay. Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel R.P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Ja. Der Sieger der dritten Runde ist Yoshi. Atemberaubend. Ja, er hat die dritte Runde gewonnen. Gegen Wario. Wer hat das gedacht? Okay, jetzt geht's mit der vierten Runde weiter. Behalte den Preis im Auge. Ja, das ist ein Rad-Bombungs. Also, wer wird in der nächsten Runde aufeinandertreffen? Komm at me, Bros. Die tapferen Du-Laden sind... Yoshi und Gerdo. Oh mein, meine geliebte. Ein neuer Kampf, eine neue Welt. Einsteigen bitte, die wunderbaren fährt ab. Schön gesprochen, Kopf-Topf, unsere Party-Gäste steigen ein und wette einfach im Express-Tempo weiter. Und jetzt alle zusammen, Sterne Rallye. Hahaha. War schon wieder wohl, war schon wieder mal. Ich hab' wieder mal gesehen, wie er überstört hat. Hahaha. Shiger ist wunderbar. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ja, ein Zug. Aber das hab' ich schon mal irgendwo gesehen, in irgendeinem Video oder so. Hahaha. Wer sitzt hier am Steuer? Wie lang ist dieser Zug überhaupt? Bin ich Erster oder Letzter? Ja, in diese wilde Reise treibt man noch was? In die Bahn. In die Bahn. In alles einsteigen in Shiger ist wunderbar. Na, möchtest Du ein paar Geheimnisse? Das wird's erfahren. Nein. Na, ich erkläre es nicht. Na, ich erkläre es nicht. Mal sehen wir dran. Wer ist erst dran ist los? Schwingt nach oben. Ich werde so wenig bezahlt dafür. Hm, schon wieder der 3. Sie sind gefallen. Hör, du bist zuerst dran. Ja, nix first halt, ne? Ja, und dann kommt ja schon. Hast du schön gesagt. Ja, hier habt ihr eure 10 Münzen, lasst mich in Ruhe. Jetzt geht weg. Macht irgendwas. Unterhaltet mich. Also werte Passagiere, diesmal müsst ihr die Pünktlichen sein. Huhu, wir können das kaum erwarten, mich zu sehen. Ist dir nicht wahr? Nicht wahr? Dann gibt mir 50 Münzen. Ja. Ja, wie im zweiten Rett. 50 Münzen sammeln und bei Holy Cooper abgeben. Dann hast du gewonnen. Oh, Malik. Level 4. Und wenn du es bis nach vorne schaffst, dann kannst du sogar noch Münzen bekommen. Hm. Ja, du am Zug. Zug. Ich verstehe es. Ich mag Züge. Ja, ich kriege jetzt eine 3. Oh mein Gott, der Gummah, der sieht nach. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist going on hier? Dring, 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 dring. Dring, dring, dring. Aber er kann nicht mehr auch leisten. Nö. 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 Oh, du bist gekommen um die Süße. Oh, du bist nur ohne Segwenzen bist du nix für mich. Geh weg. Oh, boah. Oh, was passiert jetzt? Oh, ich weiß es. Kamik aus. Zubucksput. Eure Reservierung könnt ihr vergessen. Was? Ne. Ich bin Kamik. Ich mach jetzt einfach mal das. Ich mach jetzt Magic. Hey. Ja. Der vorderste Wagen kommt jetzt nach hinten. Oh. 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 Übles Treiben. Schamischmasch. Die Positionen der Wagen wurden vertauscht. Oh nein. Oh nein. Ich glaub das ist illegal. Das ist ein illegales Treiben, was hier passiert. Hat das niemand gesehen? Hat das jemand gesehen? Dieser Zug war am Flieben. Duell. Kommt mir grad recht. Seid vor ein Duell. Boah. Zieht eure Karten. Dünn. 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 Das war eine Karte. Ja. Das ist ein gutes Spiel. Wenn ihr sie sich nicht bekommt. Oh mein Gott. Ah. Ne. 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 Feuere deine Farbe. Bis zur letzten Sekunde. Um nicht kurz vor Schluss noch in den Siegzertreffen zu geraten. Bis auf Splatoon 2? Also du hast keine Switch. Du kannst... Was willst du mit Splatoon 2? Das ist Splatoon. Das ist doch. Das ist Farben und so. Ja. Und wir sind Tintenfischer. Ja. Nun muss man sich mit Hilfe des Steuerkreises bewegen. Und immer wieder auf zwei feuern. Ja das ist klar. Und hier begrüßen sie mit mir die Tintenfischer. Da sind sie. Ich mach die grünen. Du bist blau. Nein. Ich mach die grünen. Schieß. Du kannst weitergehen. Ja. Ja. Ich gewinne. Den blauen an. Du kannst die abdrängen. Geht mal aus dem Weg. Ich will die Leiten dann färben. Nein. Nein. Das ist noch ein brauner. Ich will nicht dazu gehören. Geht weg. Du musst jetzt schießen. So wie die. Ein Gummi ist sogar noch braun geblieben. Ja. Der hat überlebt. Ja. Jetzt darf sie sogar noch was mit deiner Gelieb machen. Ja. Was denn? Du darfst sie noch beschießen. Es trifft auch. Ne. Ja. Egal wie lange du mir es hast, wird niemals treffen. Das ist einfach nur reinkonsammiert. Egal. Egal. Danilo. Du hast gewonnen. Ja. Gib mir alle deine Münzen. Ja. Gib mir alle deine Münzen. Und? Jetzt kommt's. Eine Eins. Es ist eine Eins. Bra. Aber dafür seid ihr jetzt gleich auf. Gleich auf. Vielleicht auch. Ich will die Führung sein. Ja. Ich bin dran. Du bist am Zug. Hör Zug. Oh. Ich bin dran. Du bist am Zug. Züge. Ich mag Züge. Unser Ex. Einmal geht. Gib mir Kohle. Möchtest du die Zukunft in zwei Minuten? Um sie zu blenden, musst du mit mehr Gelb glänzen. Egal. Gibt ein bisschen Geld. Ich hätte jedem Holly Cooper Fan gern. Ich würde dir. Ich würde ihr gern selbst alle sagen. Aber ich bin einfach zu schüchtern. Weil ich entscheide. Ich bin mit einer Waggonsmütze. Weil deswegen gibst du mir lieber Geld, ne? Ja. Der will sich meine Liebe kaufen. Okay. Okay. Da haben wir schon mal. Marino. Ja. So habe ich da jetzt nicht gemeint. Nur das ist keine 50 Münzen. Dann weg. Geh weg. 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 Ich gebe einfach jeden Münzen näher vorbei. Bin ich nicht freundlich. Nehm ich doch nicht. Verzeihung. Nur schenke ich mir kurz seine Aufmerksamkeit. Also. Nehm. Ich spreche nur den über anfallen. Oh nein. Das hat er vorgegeben. Holly Cooper wurde ein Bomben umgestohlen. Oh nein. Wer ist Traitor? Es gibt nur ein Verdächtigen. No. 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 Ach ist mir keine Ahnung. Auf die soll es erst machen. Ja. Dann muss sie auch auswählen. Den es wird scheiß hex 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 schwindelbude es gibt mir dann wünschen dass er davon noch ein duell geil sei für ein duell letzte match war ein solo mini spiel jetzt ist das thema duelle oder was ich möchte das karten nicht sehen können wir haben wir die freundin wollen den worten sagen schießt das ist cool du hast eine waffe und das eine krisine feuer und hohe schüsse auf den gegner recht zuerst treffer versuche eine gute mischung von geraden und hohen schüssen zwischen den gegner schwerer berechenbar zu sein und du kannst doch hinterhältig sein erst habe ich sie mit farbe abspringen jetzt darfst du ab klein ist bereits ja kommen wir ja kommen mit mir ich freue mich wenn irgendwie ganzes szenario weg da verbrennen der lava leid schmerz spiel für die ganze familie ein spiel für die ganze familie tut uns jetzt noch ihre liebsten im lava becken vorbereitet für eine handvoll münzen ja 20 20 20 20 20 10 10 20 20 die entscheidung ist gefallen würde muss die 20 münzen geben los der kleine saniero scheint sehr glücklich zu sein die firma muss ich die 50 geben einmal einmal nur einmal für siemens so wie bei gumma süße stecken und im zweiten aber erst mal hier das ist gefährlich das war damit und jetzt gerade was genau oder hat das jemand gesehen hat das hier mal gesehen das illuminati das war schon wieder ja alter ich werde nicht wenn ich gut genug bezahlt dafür ich habe jetzt bock den wagen wieder auszutauschen genau wir stellen den zug in seine ursprüngliche form zurück im party im party modus ist er hat der zug sogar fünf wagons ja jetzt weiß doch ja er sagt dass er hier der bescheidene jungen jetzt lehrt mit 250 ja 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 habe ich gesagt dass ich mich zu könnte doch nie zu ja stellen müssen dino bis die weg die k was da ist da wenn er meinten lassen ja sei zuerst bei ihm dann machst du großen super wahrscheinlich 50 münzen irgendwie so damit die er noch gewinnt aber sie muss zuerst an holly kooper vorbei bei dem vorken dann zum druck kommt und druck kommt erst nach holly kooper kriegt die echt dann 50 münzen oder irgendwie so was ich habe keine ahnung ich habe dieses eignis noch nie gesehen denn im party muss werden es dann halt so wenn du dann bei dunklen ankommens hat kriegst im stern gar nicht das ist locker gewinnen und sie spielt obstrat weil ich glaube nicht wohl aufpassen ich sehe sie die ganzen früche gerade von meinen meinen augen können sie gerade selbst essen oder kirchen kirchen das war sehen und rechts war wie kann ich sagen ich kann jetzt wagen verdammt nochmal richtig zu liegen sie ist wagen als ob sie es gewusst hätte das ist ja gewusst das ist ein pfeil nur wenn sie verdammt der wird außer gefahrt bis zum nächsten mal ich hoffe nicht ich war noch fünf münzen von irgendwo ja du brauchst nur für münzen ich bin ganz mir keine marken renne ich habe gesagt ich werde nicht genug kriegen vor allen dingen jetzt noch acht oh nein oh nein ob wir ein blöd von bonbon oder so und geh weg geh weg das können 50 münzen geh weg du bist nicht reich genug mit ihr zu reden ja immer diese selbst gefälligen ey immer diese selbstfälligen ich muss den zug tauschen okay oh man ich werde nicht gut genug gezahlt dafür ich hasse meine oh god aber da oh mein gott weißt du was denn was du da gerade siehst ja ja jetzt kommt sie zu dunkel kommen es sei sein du bist jetzt eine fucking nur zahlen also muss auf jeden fall noch mal einmal oben überlaufen in jedem fall neu ich glaube der reist umgekommen weg und du kein geld kein gespräch kein geld kein gespräch jetzt habe ich 50 ich bin ein feld hinterher du kriegst sogar noch was von dunkel kommen noch gekommen was für ein glück und auch alte freunde eine dunkle wird dein geld verdoppelt wenn ich ein gehitz da brauche ich nicht wirklich ich habe schon 50 gut gemacht also würde sagen auch nicht so viel geld machen dann werde ich mir sogar noch gefährlich gewesen ich bin so böse ich bin so böse ich bin so böse aber erst mal sehen wie es denn auch steht oh mein gott es sieht ja ganz so aus als ob joshi gewinnt mit er hat einfach mal 104 münzen wie hatte das gemacht ja ich gibt dir jetzt einen stergr ist du gewillt die erscheinung ist gefallen du bist genau so schlecht wir waren vorhin weil sich zuja büseskunderten münzen und zusammen einsam und dann kriegt sie ja gleich 20 geschenke ich bin jetzt mal gespannt was jetzt gleich passiert das ist auch jetzt in den seiten ja genau jetzt ich nehme mir einfach die hälfte deines geldes erreichen wir noch reichen die abend auch wieder tauschen das wird irgendwie am von so einem power ranger auswechseln könnte nicht einfach so macht mir so was die landen fersens ja das war schon wieder mein geld 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 ich glaube sie sind in einem geld ich glaube sie ist mr krebs gott höre mittel mit einem buch ausbald sich das mal so wohl durch das wofenster bewegt und drückst du a oder b wenn sich ein kummer symbol durch das der weg wirft der gumbo für dich also wo man treffen gleich korb ja die kummer treffen muss aber jetzt mal hier nimmst du schaffst es ja jetzt hat die schon einen punkt nein okay immer schwingen wenn wenn der ball kommt jetzt also wird dass man muss irgendwie so von selber machen ja ich glaube aber noch ich glaube dann kann ich jetzt bleiben dank machen ich war er muss ja tot sein eigentlich noch einen treffer fachst du hast gewonnen noch mehr geld hier ja ja hier noch nicht reich genug ich will den einen auch noch das war ihr oder müsste krepp sein warte mal die seite muss ich mir auch noch was etwas geld das muss ich mal holen Das gibt's doch nicht! Ich geb mir dein Geld! Oh, Eigenwerbung! Das ist lustig! Ich liebe Eigenwerbung! Magst du Eigenwerbung? Schau doch mal auf meinen Kanal vorbei! Oder schau doch auf meinen Kanal vorbei! Winkel das Rettungsschiff als erster herbei! Winkel so wild du nur ganz! Schnelle kurze Handbewegungen sind am effektivsten! Jazzhands, Jazzhands! Jazzhands, Jazzhands! Okay! Also, schütteln! Komm, ein bisschen schneller! Ein bisschen weiter! Ja, ich bin geschandet! Nimm mich mit! Ich bin ein Reittier! Die kann nur Eier ausspucken! Oh! Ja, mein Überlebenden! Geil! Kommen Sie an Bord! Ja! Rücken mich zum One Piece! Arrr! Wir sind Piraten! Ich kann jetzt eigentlich nur... Okay, du darfst meinen Pfeil werfen! Wie will er müssen will ich denn? Boink! 20! Geben wir 20! Wie du hast nichts? 20! Du musst dir in 20 Minuten gehen! Boink! Joink! Ich darf nur auf jemanden der am Boden liegt aufreden! Ja, ich... 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 Schön! so was gefällt dir noch mal das verwandelt jedes feld in drei münzen damit könnt ihr mich jetzt noch besiegen ist hallo ist für mich zum schotter zum schenken mit einer aufmerksamkeit ich will die blöde maus nicht suchen also sprichend von mir ja es gibt nur einen trader und es ist bandit ich weiß wo er ist ich glaube ich war auch oder ist wo ich glaube ich bei der nein da ist er nicht da ist er nicht war das ist sogar da da ist man die verknüpfen und das eine weiße wie mir hier noch mehr geld mannig 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 glücklich von morgen wäre sogar nützlich gewesen warum verschwindet sich bei zeit drei münzen gewöck wenn jemand mit 125 minzen hier vorbeilaufen willst du die zukunft ist nicht was auch nur eine haben wir heute noch gar nicht ich sehe doch schon wieder münzen du bist so ein ekliger kann ich dafür die hat du dies auf das ding gelandet ich weiß ich bin torten sport hier geht es einfach nur darum es gilt die garnierung an den richtigen stellen zu platzieren und zwei kuchen nachzubilden wenn du einer garnierung an der falschen stelle ablegst musst du sie erneut nehmen und richtig platzieren okay das klingt einfach und so muss den kuchen nachmachen du bist die recht so zweiter kuchen bitte sehen wir noch einer und kommen jetzt aber schnell war ab den kuchen verlierst du letzter kuchen meine damen und herren nein nein du hast verloren mein ring scheint es ist nur schreien martin ringe weil sie einen hat warum ich weiß nicht wie sogar eine prinzessin sowie pisch so wenn du nimmst jetzt wer wer mädchen wie geld abgenommen wie geld abnehmen und unverwendet hier passiert jetzt bin ich verdammt noch mal zum ziel zu tauschen wollte mich da auch nur eingeladen habe ich dann machen kann oder ja manchmal sicher noch weiter entfernt ja warte doch ja eigentlich nicht eigentlich doch du warst schon am ende ist ja gar nicht der von war doch das ist einfach nur die kuba ja bin ich da jetzt noch da war jetzt ganz hinten jetzt ist er ganz vorne jetzt möchte ich mal bei war ja 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 12 mal auf dem fastes feld hier ist hier an möchte fällen 50 müssen sie dem meisterkrieg ist ein stellen als antiken vor jemand mit geld wie man kennt was macht mich so an sehr gut hey das hat ganz schön lange gedauert er hat irgendwie länger gedacht hätte es eigentlich hätte sein aber egal der sieg ist in kürze erreichen wir die endstation wir haben einen sieger ganz richtig leute diese partie hat joshi gewonnen herzlichen glückwunsch sieg sieg fliegt und sieg sehr schön level 4 niederlage sieg sieg gott du hast viel gewonnen die daten werden gespeichert macht weiter gott das waren jetzt okay wir sehen uns auf den nächsten wieder ciao